Alle Leute reden von Hamsterkäufen wegen Corona. Aber was bringt mir denn dann so ein Hamster? So Leute, ich sag euch die Wahrheit. Das eben war gar nicht meine Brille. Das ist meine Brille zum Lesen. Hab Mut zur Brille, weil Brillenträger sind die besseren Pippets. Die X-Achse schneidet. Was wisst ihr dann? Ihr wisst dann, dass der Y-Wert Null ist. Egal welche Funktionen nicht einzeichnen. Wasser aus Glasflaschen? Weil Plastik ist scheiße. Plastik geht in seine DNA über und irgendwann bestehen wir alle nur aus Plastik. Hab ich von Bones gelernt. Hallo, das ist leicht gemacht. Ich grüß meine Oma. Ich google mein Poppy, alle Scheine sind gerollt. Warum hat die Giraffe so einen langen Hals? Na, weil der Kopf so weit oben ist. Scheiße, der Bus ist da. Ich muss laufen. Okay Leute, 187. Hai und hungrig. War schon. Jetzt kommt Schnapp. Das Motherfucking Krokodil. Habibi. Wuuuuhu. Wuuuuhu. Nein, Mann. War nicht so. Hä? Überraschend. Ich war's nicht so aus. Frisch, Mann. Schnapp. Was ist Mist!!! Baby, yeah. Don't hurt me. No more. What is Mist!!! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Torsche Targa 4S. Als Playmobil. Auch wenn ich keinen Sohn habe, ich kaufe das jetzt. Ich zwinge meine Tochter damit zu spielen. Ich zwinge meine Tochter mit den Zehnen.